Hallo ihr Lieben, heute ist es mal wieder an der Zeit, dass ich ein paar Fragen von euch beantworten möchte. Ich habe nämlich heute das Video von meiner Schwester gesehen, Ilona, oder auch als Change Your Thinking bekannt. Das verlinke ich euch mal in der Infobox. Sie hat halt ein Video gemacht über 2015 generell und zwar sind da ihre Vorsätze, Wünsche und so weiter drin. Ich will jetzt nicht genau so eins machen, aber ich wollte mal wieder Fragen von euch beantworten und habe jetzt vor einer Stunde auf Twitter gefragt, was ihr für Fragen an mich habt. Einmal über 2015, aber auch, das werden jetzt auch so normale Fragen sein. Eine Frage, die mir ungefähr jeder gestellt hat, was sind deine Vorsätze für 2015? Und ich muss sagen, ich habe keine wirklichen Vorsätze, ich will irgendwie einfach nur, das hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber ich möchte einfach nur wieder glücklich sein, weil ich muss sagen, 2014 war halt so rundum echt ein gutes Jahr, aber zwischendurch hatte ich echt so Phasen, wo ich so dachte, oh mein Gott, kann mein Leben bitte noch beschissener sein? Und ich dachte zwischendurch, dass ich nichts auf die Reihe kriege, ich dachte, ich schaffe mein Abitur nicht. Ich dachte, also bei mir dauert es noch mein Abitur, ich habe noch eineinhalb Jahre Schule. Auf jeden Fall, ich dachte, ich schaffe nichts mehr in der Schule, ich dachte, ich schaffe YouTube nicht. Ich hatte zwischendurch Phasen, wo ich dachte, ich muss mit YouTube aufhören, weil ich sonst nichts mehr auf die Reihe bekomme und ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Und ich weiß auch, dass 2015 das genauso passieren kann wie in 2014, aber ich versuche ein bisschen positiver, auf alle Sachen zuzugehen und ich möchte so gesagt ein bisschen offener für neue Sachen werden, weil ich bin oft so ein Mensch, dass ich so denke, hm, nee, möchte ich jetzt nicht so wirklich. Also ich möchte auf jeden Fall irgendwie mehr Sachen erleben und irgendwie nicht so viel Zeit zu Hause im Bett verbringen, weil ich keinen Bock habe aufzustehen, mich fertig zu machen oder so ein Mist. Und außerdem ein sehr wichtiger Vorsatz für mich ist, ab 2015 mich nur noch vegan zu ernähren. Das ist eigentlich schon bei mir so ein Thema seit 2013 und 2014 hat das überhaupt nicht funktioniert. Wollt ihr einfach mal ein Video dazu haben, wo ich meine Meinung über vegane Ernährung und so weiter erzähle? Schreibt mir das mal in die Kommentare, weil das ist halt so ein Thema, was mich echt schon lange interessiert. Amy Slimani hat mich gefragt, bist du mit deinem Zimmer zufrieden oder was möchtest du noch ändern? Und sehr viele von euch fragen mich ständig nach meiner Roomtour und ich habe halt gesagt, wenn mein Zimmer meiner Meinung nach vollständig ist, kommt meine Roomtour. Und ich dachte immer, dass irgendwie was fehlt, aber ich muss sagen, mittlerweile gefällt mir mein Zimmer richtig gut, obwohl es halt, ähm, ja, also man kommt halt nicht rein und denkt sich, wow, was für ein wunderschönes Zimmer. Aber ich finde es schön und ich fühle mich halt richtig wohl wieder in meinem Zimmer. Ich möchte irgendwo so eine Wand haben, wo ich vielleicht ein bisschen mehr dran hänge, also so Bilder und sowas. Ich weiß aber noch nicht genau, an welche Stelle das sein wird, aber meine Roomtour wird bald kommen, also da könnt ihr euch drauf freuen. Seema 0754 fragt mich, was wolltest du als Kind mal werden? Ich wollte früher immer Modedesignerin werden. Ich kann mich noch dran erinnern, dass ich in der vierten Klasse mit meiner besten Freundin immer im Unterricht so Püppchen aufgemalt habe. Also wir haben immer so Schnipsel, so kleine Schnipsel genommen, wo halt genau eine Person drauf gepasst hat. Und da haben wir halt immer so eine Person drauf gemalt und immer verschiedene Outfits gemacht und so weiter. Wir hatten halt so einen Umschlag, wo wir halt diese ganzen Püppchen immer reingepackt haben. Und ich weiß leider nicht, wo der ist. Ich hatte den irgendwo noch zu Hause, aber ich kann den nicht wiederfinden. Ich habe auch so Nähversuche gehabt, was nicht so ganz funktioniert hat, aber ja. Ren Vivi fragt mich, was waren deine Highlights in 2014? Ein Highlight war auf jeden Fall die Videodays. Ich habe so viele von euch getroffen und ich habe so viele YouTuber getroffen und es war einfach echt ein riesiges Highlight für mich. Dann auf jeden Fall die London-Reise. Ich kann euch nochmal unsere London-Playlist in der Infobox verlinken. Das war ja mit Jennifer, Emma und Ilona und es war einfach so eine wunderschöne Reise. Und ich will auf jeden Fall nochmal mit denen irgendwo hinreisen. Dann fragt mich x-Sammy's Bay, hast du ein gutes Gefühl für 2015? Und ich muss sagen, ich habe so verschiedene Denkweisen. Und zwar denke ich halt so irgendwie, ja so ein neues Jahr, das ist ja eigentlich, sage ich mal, nichts Besonderes. Weil einerseits, ja weil es ist halt irgendwie wie so ein Monatswechsel oder so. Man denkt ja auch nicht so den ganzen Januar lang, oh bald kommt Februar und so. Ich hoffe, der Februar wird besser als der Januar. Man denkt das halt so über so ein Jahr, weil das so ein langer Zeitraum ist. Eigentlich sollte man immer ein gutes Gefühl auf seine Zukunft haben, weil eigentlich kann es nur besser werden. Und ja, selbst wenn man irgendwelche Emo-Phasen hat oder sonst was, sollte man eigentlich immer ein gutes Gefühl für die Zukunft haben. Und nicht denken, oh ja es wird scheiße, nächstes Jahr wird besser oder so. Ende des Jahres 2015 denkt ihr euch so, oh voll das scheiß Jahr. Jetzt sind es noch drei Monate, jetzt kann es auch genauso scheiß weitergehen. Kein Bock mich zu bemühen oder so. 2016, dann lege ich richtig los. Ich finde, das sollte man immer einfach denken. Wisst ihr, was ich meine? Also ich hoffe, ihr versteht das, weil manchmal kommt das in meinem Kopf voll logisch rüber. Und dann gucke ich mir das auf meinem Video an und denke so, oh mein Gott, das wird keiner verstehen. Love Fade Away fragt mich, welche Reiseziele hast du für 2015? Also, zwei Ziele stehen schon an. Und zwar geht es einmal für mich mit der Klasse nach Berlin. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil Berlin eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland ist, die ich bisher so gesehen habe. Und dann geht es auch noch im April, meine ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wann sind nochmal die Ferien? Auf jeden Fall vor den Osterferien noch nach Paris. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ich war in Paris noch nie. Und ich freue mich schon sehr drauf, die Stadt zu sehen. Das ist dann wieder eine schulische Fahrt, sage ich mal. Also das ist vom Französischkurs aus. Und dann in den Osterferien, das ist jetzt aber noch nicht so ganz geplant, geht es hoffentlich, wenn alles klappt, nochmal nach London. Und ich freue mich so verdammt drauf. Weil letztes Jahr hatte ich echt das Gefühl, dass London meine zweite Heimat ist. Ich meine, ich war nur zweimal dort. Ich war insgesamt dann 2014 zwei Wochen in London. Aber London ist einfach... Ich weiß nicht warum. Ich habe da richtig Heimatsgefühle irgendwie. Ich weiß nicht warum. Das sind halt Reiseziele, die halt schon feststehen. Und dann werden wir mal sehen. Vielleicht kommen noch mehr Sachen dazu, weil das bezieht sich jetzt nur bis Osterferien. Und danach kann halt noch ganz viel kommen. Dann habe ich eine Frage von Kerstin SC bekommen. Und zwar hat sie gefragt, hast du schon Pläne für die Zeit nach der Schule? Und zwar ist ein Ziel für mich, nach dem Abitur Au-pair zu machen. Ich finde das richtig cool. Und ich habe halt immer so überlegt, ja, vielleicht so Neuseeland, Australien, Amerika. Aber im Endeffekt will ich irgendwie nach London. Um ehrlich zu sein, würde ich richtig gerne Au-pair in England machen. Nicht unbedingt in London. Aber das wäre richtig cool. Und das würde ich sauge gerne machen. Und nach dem Au-pair weiß ich noch nicht, was ich da machen möchte. Keine Ahnung. Dann fragt mich Ovo, you know, ernährst du dich eigentlich immer noch richtig gesund? Und was sind deine Motivationen, um nicht aufzuhören? Also, das ist so eine Sache, die muss ich euch mal erzählen. Und zwar war 2014 halt so ein Jahr, wo ich mich echt scheiße ernährt habe. Ich habe zwar zwischendurch Food Diaries gemacht und so. Und ich hatte halt so Phasen, wo ich mich gut ernährt habe. Aber dann hatte ich wieder so eine Zeit, zum Beispiel, ich habe mich 2014 fast gar nicht mehr vegan ernährt. Also, ich habe kein Fleisch gegessen. Keine Sorge, kein Fleisch, kein Fisch. Das geht für mich nicht. Aber ich habe halt richtig viel vegetarisch gegessen. Das ist halt richtig viel Käse, Eier. Das ist zwar für manche gesund, aber ich habe das halt in solchen Weisen wie Kuchen, Pizza und sowas gegessen. Und das war halt so eine Sache, warum es mir auch nicht so gut ging. Weil ich merke einfach, dass mir schlechte Ernährung nicht gut tut. Und ja, ich habe mich 2014 nicht gut ernährt. Ihr könnt auch daraus schließen, dass ich zugenommen habe. Ich wollte das jetzt einfach mal erzählen, weil das hat Ilona auch in ihrem Video erzählt. Weil ich das eigentlich immer so versucht habe, nicht in meinen Videos irgendwie zu erzählen oder so. Aber ich habe 2014 wieder zugenommen. Ich bin halt nicht mehr zufrieden mit meiner Figur. Ich kann nicht sagen, dass ich fett bin oder so. Aber ja, mir passen halt viele Sachen nicht mehr. Und das ist halt so eine Sache, die mich richtig stört. Und ich habe das halt nie erwähnt. Dazu werde ich noch ein Video machen, weil das halt so eine etwas wichtigere Sache ist. Und wo ich noch mehr Sachen zu erzählen muss deswegen. Dann kommt die Frage von Isabel Millik. Würdest du deine Haare mal blond-rot färben? So, wer mich schon seit Anfang anguckt auf YouTube, der weiß, dass ich mal knallrote Haare hatte. Ihr könnt mal mein Vorstellungsvideo gucken. Da hatte ich halt komplett solche... Ja, die waren halt so orange-rot. Und dann kam ich irgendwann auf die super schlaue Idee, mir die Haare blond unten zu färben. Und dann hatte ich halt nicht Ombre. Ombre kann man das nicht nennen. Das war halt so ein Cut. Und dann waren die halt blond gefärbt. Das sah auch nicht irgendwie professionell aus. Ich habe das selbst gemacht. Und mit der Zeit sind dann meine Haare rausgewachsen. Den habe ich halt nachgefärbt, den Ansatz. Aber der war halt dunkler rot als die hier. Und ich hatte halt irgendwann eine Deutschland-Flagge auf dem Kopf. Und ja, ich sah halt echt aus manchmal wie so ein Penner. Weil ich so eine richtig, meiner Meinung nach, eine hässliche Haarfarbe hatte. Weil es sah überhaupt nicht schön gefärbt aus. Dann fragt mich Harry's Wife. Was möchtest du 2015 alles erreichen? Ich möchte 50.000 Abonnenten erreichen. Und ich habe eben ungefähr 48.500 Abonnenten. Das heißt, es wird bald soweit sein. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Und es macht mir sehr viel Spaß, so mit euch zu reden. Also schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr öfter solche Fragen-Videos haben möchtet. Und ja, das war's heute von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.